Herzlich Willkommen zur Präsentation unserer Ausstellung Auf Reisen, verwunschene Welten der Malerei und Fotografie. Wir sind Patrick Schröder, 43 Jahre, aus Kleinblittersdorf und Michaela Becker, 32, aus Großrosseln. Dies ist unsere erste Vernissage gemeinsam. Sie sehen Bilder, die zum Träumen anregen und die Realität in einem anderen Licht zeigen, ja sogar vergessen lassen. Für weitere Informationen können Sie uns über Facebook oder per E-Mail kontaktieren. Es ist, als gäbe es keinen Weg, obwohl die Zukunft nur nach vorn geht. Die Richtung, die du einschlägst, fehlt. Der ganze Weg ist weit, ich weiß, viele wollen nicht mehr weitergehen. Muss dich nicht zu denen zählen, davon abgesehen, bitte bleib nicht stehen. Auch wenn du fällst, musst du aufstehen, weitergehen. Also bitte bleib nicht stehen. Geh weiter, geh weiter, Solange die Füße tragen Geh weiter, geh weiter Worauf willst du denn warten? Geh weiter, geh weiter Solange die Füße tragen Geh weiter, geh weiter Denn alles geht durch seinen Weg Auch wenn du Einfluss hast Hat das Schicksal mehr die Macht Lass dich nicht unterkriegen Viele sind schon liegen geblieben Mal davon abgesehen Sind manche zu bequem Aufzustehen und weiterzugehen Also bitte bleib nicht stehen Geh weiter, geh weiter Solange die Füße tragen Geh weiter, geh weiter Worauf willst du denn warten? Geh weiter, geh weiter Solange die Füße tragen Geh weiter, geh weiter